Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltungen der Universität Paderborn. Wir wollen jetzt, wie im letzten Video angekündigt, unser Projekt der Programmierung einer Bücherliste angehen. Dazu werden wir in einem ersten Schritt zunächst einmal nur die Buchobjekte in einer ganz einfachen Form, noch nicht in ihrer endgültigen Form, wie wir sie hinterher haben wollen, programmieren, sondern erst einmal nur in einer rudimentären Vorform, nämlich ganz ohne eine einzige Methode. Um diese Objekte zu definieren, sollten wir uns natürlich wieder eine Datei hernehmen, die wir genauso nennen, wie die Klasse heißt, also Buch. Und die Datei nennen wir dann Buch.js. Wir wissen, dass wir bei der Erzeugung der Objekte auf jeden Fall drei Parameter übergeben müssen, weil das nämlich die drei Eigenschaften sind, die jedes unserer Bücher besitzen soll. Der Konstruktor erhält also die drei Parameter für den Autor, den Titel sowie den Preis und muss dafür sorgen, dass diese Werte in geeigneten Eigenschaften gespeichert werden. Wir sehen rechts das Klassendiagramm, das unser vorläufiges Buchobjekt sozusagen darstellt, eben noch ohne Methoden. Um dann auszuprobieren, ob das soweit funktioniert, werden wir dann hergehen und einige Buchobjekte erzeugen. Dafür rufen wir dann den Konstruktor mit dem New Operator auf, übergeben dem geeignete Parameter, speichern die Objekte in einer Variable und geben dann einfach jedes erzeugte Buchobjekt erst einmal nur ganz einfach aus. Die Liste unserer Bücher soll dann als Tabelle ausgegeben werden. Und auch das werden wir wieder testen, indem wir die zuvor erzeugten Buchobjekte dann noch einmal testweise ausgeben. Das machen wir jetzt natürlich wie üblich in Live und dafür werde ich in die Entwicklungsumgebung hinüber wechseln. Das Erste, was wir machen müssen, ist natürlich, dass wir einmal die Datei Buch.js anlegen. Dazu erzeuge ich eine neue Datei und speichere sie gleich schon einmal unter dem Namen Buch.js. Wir legen die natürlich in unseren Ordner Bücherliste, wo wir das gesamte Projekt entwickeln wollen. Hier wollen wir nun eine Klasse definieren. Wie wir gelernt haben, machen wir das, indem wir zunächst das Wort Klass schreiben und dahinter den Namen der Klasse angeben, die wir gerade erstellen wollen. Wir hatten uns eben überlegt, dass sie Buch heißen soll. Deshalb haben wir ja auch die Datei schon so benannt. Dann fügen wir ein paar geschweifte Klammern ein. Dort hinein kommt als allererstes der Konstruktor. Und das ist für den Augenblick auch das Einzige, was wir in dieser Klasse definieren wollen. Wir hatten uns eben überlegt, dass der Konstruktor drei Parameter erhalten soll. Den Autor, den Titel und den Preis. Also schreiben wir diese drei Parameter hier einfach in die Parameterliste. Beginn und Ende der Methode müssen wir wieder mit geschweiften Klammern markieren, zwischen die wir die Anweisungen, den Code unserer Methode schreiben. Diese Anweisungen müssen nun dafür sorgen, dass die über die Parameter übergebenen Werte auch wirklichen Eigenschaften unserer Buchobjekte gespeichert werden. Eigenschaften der Objekte definieren wir, indem wir das Wort This schreiben, dann einen Punkt und dann den Namen der zu definierenden Eigenschaft. In welcher Reihenfolge wir das tun, spielt keine Rolle, aber am übersichtlichsten ist es, wenn wir das der Reihe nach machen. Wir definieren also als erstes eine Eigenschaft Autor, in der wir den Wert speichern, der im Parameter Autor übergeben worden ist. Analog machen wir das für den Titel und den Preis. Und damit sind wir für das erste schon fertig. Damit ist unser Konstruktor für die Buchobjekte soweit geschrieben. Jetzt müssen wir natürlich hergehen und das Ganze einmal testen. Dazu erstellen wir uns eine HTML-Datei, in der wir ein kleines Programm schreiben, mit dem wir ein paar solcher Buchobjekte erstellen, um zu gucken, ob das alles so funktioniert. Ich erstelle dazu zunächst einmal eine Kopie unserer Vorlage-Datei und nenne sie Bücherliste. Ich gebe ihr auch den Titel Bücherliste und möchte statt des Absatzes hier gerne eine Überschrift stehen haben, die heißt einfach Meine Bücher. Das Teil steht hier oben, entferne ich, weil wir uns heute nicht um Stil kümmern wollen. Die Datei können wir einmal speichern, hier drüben im Browser einmal neu laden und dann sehen wir, dass der Titel und die Überschrift auch schon entsprechend angezeigt werden, aber ansonsten noch nichts Spannendes passiert. Die Fehlerkonsole habe ich hier unten schon einmal geöffnet, damit wir gleich merken, wenn etwas schief geht. Jetzt können wir hergehen und hier eine Skriptumgebung erstellen, in der wir einzelne Bücher erstellen. Das machen wir üblicherweise im Body. Dazu nehmen wir zunächst einmal eine Variable her. Ich nenne sie einfach B. Und in dieser Variable soll nun ein neues Buch erzeugt werden. Dem müssen wir drei Parameter mitgeben. Und zwar zunächst einen Autor. Dann nehmen wir einmal Herrn Witte-Ihimaira. Dann einen Titel des Buchs. Whale Rider in diesem Fall. Und einen Preis, sagen wir 7,90 Euro. Es geht uns hier im Augenblick darum herauszufinden, ob alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Wir wollen das Buch noch nicht in einer Liste speichern oder so etwas. Darum kümmern wir uns später noch. Wir wollen dieses Buch, das wir da gerade erzeugt haben, jetzt einfach mal direkt auf unserer Webseite ausgeben. Das machen wir natürlich mit document.write. Dort hinein müssen wir nun die Eigenschaften unseres Buchs zusammen mit geeignetem HTML-Code schreiben. Ich hatte gesagt, dass ich die Bücherliste gleich als Tabelle ausgeben möchte. Also jedes Buch als eine Tabellenzeile. Also machen wir das doch auch gleich einmal. Wir müssen dazu als erstes eine Tabellenzeile öffnen. Das machen wir mit einem TR-Tag. Dann müssen wir eine Tabellenzelle öffnen. Das machen wir mit einem TD-Tag. Daran, in diese erste Tabellenzelle hinein, schreiben wir jetzt den Autor dieses Buchs. Unser Buch heißt B und davon wollen wir den Autor haben, die Eigenschaft Autor. Und darauf greifen wir mit B.Autor zu. Dann schließen wir die erste Tabellenzelle. Und öffnen die nächste Tabellenzelle, in die wir jetzt die zweite Eigenschaft hineinschreiben. Das ist wieder dasselbe Spiel im Grunde genommen. B ist unser Buch und unser Titel, den wir hier jetzt hineinschreiben wollen, steht in der Eigenschaft Titel. Auch diese Tabellenzelle können wir jetzt anschließend wieder schließen. Schließen das TD-Tag und ein weiteres TD-Tag zum Öffnen. Und dort hinein schreiben wir jetzt die dritte Eigenschaft. B ist wieder unser Buch. Preis ist die Eigenschaft, in der wir interessiert sind. Von dieser Eigenschaft wollen wir allerdings jetzt noch eine Methode aufrufen. Wir rufen nämlich für das Zahlobjektum, das es sich tatsächlich bei dieser Eigenschaft Preis handelt, die Methode TOFIXED auf, um dafür zu sorgen, dass wir eine bestimmte Anzahl von Nachkommastellen haben, nämlich zwei Stück, sodass dann 7,90 anstelle von 7,9 ausgegeben wird, so wie wir das bei Preisen üblicherweise machen. Dann hängen wir daran noch ein Eurozeichen an. Wir schließen die letzte Tabellenzelle, mit der wir es hier zu tun haben, die dritte Zelle, und wir schließen die Tabellenzeile. Und damit ist im Grunde genommen unsere Tabellenzeile fertig. Damit sollte unser Buch jetzt also als Tabellenzeile ausgegeben werden. Aber so funktioniert das natürlich noch nicht. Wir müssen noch dafür sorgen, dass wir auch eine Tabelle um diese Zeile herum haben. Dazu schreiben wir hier am Anfang unseres Programms einmal noch eine Document-Write-Anweisung. mit der wir ein öffnendes Tabellen-Tag schreiben, also Table. Und dann brauchen wir am Ende natürlich auch noch ein schließendes Tabellen-Tag. Ich füge noch ein paar Leerzeilen ein, um das ein kleines bisschen übersichtlicher zu machen. Und wenn wir dann die Datei hier drüben im Browser neu laden, dann stellen wir fest, dass das Ganze nicht funktioniert, weil Buch nicht definiert ist. Was fehlt nämlich noch? Wir haben noch nicht dafür gesorgt, dass unsere Buchobjekte in unserer HTML-Datei auch bekannt sind. Wir müssen die Datei Buch.js hier in dieser HTML-Datei einbinden. Dazu geben wir den Kopf unserer Datei, und zwar machen wir das üblicherweise unterhalb des Titels, und schreiben dort ein öffnendes Script-Tag hinein und geben dessen SRC-Attribut, und als Wert den Namen der Datei mit, die wir einbinden wollen. Wir brauchen hier keinen Pfad, weil unser Buch.js im selben Verzeichnis liegt, also das Skript im selben Verzeichnis liegt wie unsere Datei, die wir hier gerade betrachten. Dann brauchen wir noch ein schließendes Script-Tag. Und jetzt sollte das Ganze hier drüben funktionieren. Und tatsächlich klappt das auch. Es sieht gar nicht so ganz verkehrt aus. Ein Buch macht noch keinen Sommer, also wollen wir jetzt noch ein paar weitere Bücher erstellen. Das kann man alles neu tippen, aber am einfachsten ist es, dass wir uns kurz diese zwei Zeilen, die wir hier haben, kopieren und die dann modifizieren jeweils. Da müssen wir jetzt darauf achten, dass wir natürlich, weil wir die Variable b jetzt recyceln wollen, das Let hier vorne entfernen, sonst würden wir die Variable erneut deklarieren, was nicht zulässig ist. Und natürlich möchte ich ein anderes konkretes Buch hier haben. Dieses Mal soll die Autorin Carrie Halm heißen. Das Buch, was wir von ihr haben, soll Unter dem Tagmond heißen. Und es soll 9,90 Euro kosten. Wir speichern das wieder, schauen uns das Ganze an. Und jetzt erkennen wir auch schon, dass die Tabellenstruktur auch ganz okay aussieht. Man kann die erahnen und Fehlermeldungen haben wir in der Konsole hier unten auch keine. Dann können wir noch ein paar weitere Bücher hinzufügen, damit wir auch gleich ein bisschen was an Content auf der Seite machen haben. Ich mache das mal eben ganz schnell, denn wirklich was Neues passiert dabei natürlich nicht. Auch das schauen wir uns natürlich noch einmal an und sehen, dass das soweit ganz okay aussieht. Damit haben wir den ersten Teil, also alles das, was ich auf dieser Folie beschrieben habe, schon erledigt. Wir haben die Klasse Buch definiert, wir haben die Buchobjekte erzeugt, insgesamt fünf Stück an der Zahl. Die hier genannten Unterpunkte haben wir ebenfalls erledigt. Und wir haben jedes erzeugte Buch anschließend auch in die HTML-Seite ausgegeben, genau wie es hier in der Projektbeschreibung, die ich für den ersten Schritt gemacht habe, angegeben ist. Wir haben also jetzt ganz elementare Buchobjekte zur Verfügung, die noch über keine Methode verfügen. In diesem zweiten Schritt soll es nun darum gehen, dass wir die Bücher mit einer Methode versehen. Die Buchobjekte also so erweitern, wie es das Klassendiagramm rechts auf dieser Folie zeigt. Wir wollen demnach eine String-Methode einführen, die dafür sorgt, dass die Bücher entsprechend ausgegeben werden. Wir überschreiben dabei die vordefinierte Methode toString. Wir wissen ja, dass alle Objekte über diese Methode verfügen. Die Methode toString erhält niemals Parameter und sie nimmt selber auch keine Ausgabe vor, sondern sie gibt eine Zeichenkette zurück. Hier soll sie den HTML-Code zurückgeben, der eine Tabellenzeile enthält, die wir später im Hauptprogramm ausgeben können. Wir müssen natürlich dann dafür sorgen, dass diese Methode auch von uns aufgerufen wird, also von der HTML-Seite aus. Dort werden wir den entsprechenden Methodenaufruf vornehmen, beziehungsweise genauer gesagt müssen wir die Methode gar nicht explizit aufrufen, wie wir letztens schon in einem Video gehört haben. Wir können nämlich einfach das Buchobjekt ausgeben, weil es dann implizit diese Methode aufruft. Das Ganze gucken wir uns wie üblich in live an. Nehmen wir uns zunächst wieder unsere Buchobjekte vor. Wir wollen diese jetzt um eine Methode toString erweitern. Also müssen wir in unsere Klasse hineingehen. Hier haben wir den Konstruktor, an dem wir nichts zu verändern brauchen. Der ist okay. Aber unterhalb dieses Konstruktors müssen wir nun eine weitere Methode einführen. Das machen wir, indem wir einfach den Methodennamen hier hinschreiben, toString. In genau dieser Schreibweise, also kein Function davor oder irgend so etwas und dahinter wie üblich die Parameterliste. Die Methode toString erhält niemals Parameter. Die Parameterliste ist also immer leer. Dann kommt die eigentliche Methode, also wieder einmal ein Block mit geschweiften Klammern. Hier wollen wir nun, und zwar jetzt für alle Buchobjekte, und das heißt für das abstrakte Buchobjekt, eine Zeichenkette erzeugen, die wie eben eine Tabellenzeile mit den Eigenschaften des jeweiligen Buchs enthält. Das können wir jetzt noch einmal von Grund auf überlegen. Aber wir können natürlich auch von unseren Vorüberlegungen eben profitieren. Schauen wir doch einmal in unsere HTML-Datei, was wir dort stehen hatten. Das ist ja im Grunde genommen schon genau das, was wir brauchen. Aber eben noch nicht ganz. Wir kopieren uns diese Zeichenkette ohne das Document.Write drumherum und fügen die in dieser Stelle hier in unsere toString-Methode zunächst einmal ein. So können wir das noch nicht stehen lassen, da müssen wir gleich noch etwas mit machen. Wir haben hier noch kein konkretes Buch und eine Variable b mit ihren Eigenschaften haben wir schon mal gar nicht. Stattdessen müssen wir auf die entsprechenden Eigenschaften des abstrakten Buchobjekts zurückgreifen. Und das machen wir, indem wir hier eben nicht das b stehen haben. Das dürfen wir hier nicht verwenden, sondern indem wir stattdessen hier this schreiben. Also this.autor, this.titel und entsprechend hier this.preis. Also immer daran denken, this kann immer nur in abstrakten Objekten, also bei der Definition von Klassen, verwendet werden. Es kann niemals außerhalb verwendet werden. Alles, was wir hier machen müssen, ist, dass wir alle Vorkommen von b durch this ersetzen. Damit greifen wir nun auf die Eigenschaften Autor, Titel und Preis des abstrakten Objekts zu. Und wenn wir dann später konkrete Objekte haben, greift damit jedes dieser konkreten Objekte auf seine eigenen Eigenschaften und nicht auf die von irgendwem anders zu. Jetzt haben wir hier eine Zeichenkette zusammengebaut. Und was machen wir mit der? Wir geben sie nicht aus, zumindest nicht an dieser Stelle. Die Methode toString gibt eigentlich niemals etwas aus, sondern sie gibt etwas zurück. Und eine Rückgabe erfolgt mit der Return-Anweisung. Dann dürfen wir das Semikolon am Ende natürlich nicht vergessen. Das speichern wir. Und im Hauptprogramm, also in unserer HTML-Datei, können wir nun entscheiden, was wir mit der so erhaltenen Zeichenkette anfangen wollen. Wir könnten den Wert beispielsweise in einer Variablen speichern. Aber wir machen es hier ganz kurz und knapp und sorgen einfach dafür, dass die Zeichenkette direkt an DocumentWrite übergeben wird, also ausgegeben wird. Das setzen wir nun bei allen unseren Büchern so ein und wir sehen, dass der JavaScript-Code, den wir in unserem Hauptprogramm haben, ein gutes Stück einfacher und übersichtlicher geworden ist. Ich habe das hier zunächst einmal nur für das erste Buch gemacht. Jetzt müssen wir hier eigentlich noch toString dahinter schreiben, weil wir ja diesen Methodenaufruf machen müssen. Aber wir hatten ja schon gelernt, dass wir das gar nicht brauchen, weil eben DocumentWrite immer eine Zeichenkette erwartet und diese Methode toString implizit direkt aufgerufen wird, sobald wir auf ein Objekt in einem Zeichenkettenkontext, wie das so schön heißt, zugreifen wollen. Das heißt also, wir können das einfach weglassen und können hier einfach das Buch B ausgeben. Und das können wir jetzt natürlich für alle unsere Bücher hier machen, denn in B steht ja jetzt mittlerweile ein anderes Buch drin. Das machen wir also dort und das machen wir hier und das machen wir hier und das machen wir auch für unser letztes Buch. Und wir sehen, dass der JavaScript-Code insgesamt noch einmal ein ganzes Stück einfacher und übersichtlicher geworden ist. Wir müssen an dieser Stelle gar nicht mehr im Detail wissen, wie sich das Buch ausgibt, also wie die Zeichenkette genau aussieht. Das Einzige, was für uns noch relevant ist, ist, dass es sich dabei um eine Tabellenzeile handelt. Denn nur mit dem Wissen können wir korrekten HTML-Code um unsere Bücher herumbauen. Wir gucken uns das jetzt einmal hier kurz drüben an und sehen, dass das immer noch alles okay aussieht. Da hat sich nichts daran verändert. Wir hätten die Entwicklung der Buchobjekte daher auch outsourcen können. Wir hätten zu jemand anderem sagen können, entwickle uns bitte Buchobjekte, denen wir bei der Erzeugung drei Parameter, Autotitel und Preis, mitgeben können. Und sorge dafür, dass die Objekte sich als Tabellenzeile zurückgeben, wenn man sie in einem Zeichenkontext verwendet. Wir müssten der Person also nur das Klassendiagramm aus dem letzten Video geben. Dann hätte jemand anderer diese Objekte vollkommen unabhängig von uns entwickeln können und uns könnte völlig egal sein, wie er oder sie das gemacht hat. Wir könnten, nachdem wir sie eingebunden haben, diese Objekte dann einfach verwenden, ähnlich wie wir die vordefinierten Objekte von JavaScript, auch ohne Kenntnis von deren Innereien verwenden können. Wir könnten uns vielleicht auch irgendwann einmal überlegen, dass wir die Bücher statt in einer Tabelle doch lieber anders ausgeben wollen, beispielsweise als eine Liste. Das Einzige, was wir dann ändern müssen, ist, dass wir dann hier natürlich keine Table-Tags mehr schreiben, sondern dann entsprechend eine Umgebung für Listenelemente beispielsweise. Dann bräuchten wir nur an einer einzigen Stelle in unseren Objekten eine Veränderung vorzunehmen, nämlich indem wir die Methode toString so abändern, dass anstelle einer Tabellenzeile ein Listenelement zurückgegeben wird. Das machen wir aber jetzt nicht. Ich möchte bei unseren Tabellen bleiben. Insgesamt haben wir also jetzt, wie gesagt, den Code auf der HTML-Seite extrem vereinfacht. Das ist viel leichter lesbar als das, was wir da zuvor stehen hatten. Dazu haben wir eine Methode eingeführt und so das Buch gewissermaßen in sich gekapselt. Das Buch selber weiß alle Interne über sich und weiß, wie es sich auszugeben hat. Wir müssen bei der Verwendung der Buchobjekte also nichts über deren interne Struktur wissen. Wir greifen von dem JavaScript-Code unserer HTML-Seite auch nicht mehr auf irgendwelche internen Eigenschaften zu, brauchen also nicht mehr zu wissen, welche Eigenschaften die Buchobjekte haben. Und wir brauchen nicht mehr zu wissen, wie sich das Buch genau ausgibt, solange wir nur wissen, dass es sich als Tabellenzeile ausgibt. Alles das ist nicht notwendig und wir müssen, wie gesagt, über die Interna der Buchobjekte gar nichts mehr wissen. Damit haben wir auch schon diesen zweiten Schritt erledigt, haben also unsere Klasse Buch um eine Methode erweitert, die die Buchobjekte ausgeben kann. Wir haben außerdem unsere Ausgabezeilen für die Tabelle im HTML-Dokument entsprechend geändert. Tschüss, bis zum nächsten Video.